Wir müssen für den Ernstfall gerutscht sein und deshalb fahren wir mit diesem Schiff zur See und üben, üben, üben. Wir haben gerade einen Seen-Unfall. Feuer im Schiff! 7.000 Tonnen Stahl auf dem Meter genau bewegt. Die, die das Schiff hier fahren, die können es auch. Aber für alle, die wirklich gerne Schiff fahren, ist dieses Schiff eine große Warfare. Meine allerersten zwei Wochen auf See. Ich bin bisher sehr aufgeregt. Meinen Sohn an der Pier zu verabschieden, das könnte ich nicht. Da habe ich richtig Bock, da ballert die Musik, da ballert die Energie, alles. Turn down the engine! Ja! Air warning, ready.